Wie lang ist das her? Einfach nur unsagbar geil. Ohnein Moinzen zum Nachbericht, zum Kantersieg gegen den FC Schalke 04 gestern. Wir gehen die Highlights durch. Zehnte Minute, 1 zu 0, Vataru Endo. Sechzehn Minuten später, 2 zu 0, Vataru Endo. 34. Minute, 3 zu 0, Karlajcic. Vierzigste, 3 zu 1, Anschlusstreffer durch Kolasinac. In der 72. Minute verschießt Bentaleb einen Elfmeter und dann kurz zum Schluss noch 88. Minute Philipp Klement und 92. Minute Didavi zum Endstand 5 zu 1. Kommen wir zur Spielanalyse und erstmal, wir haben eine 11 von 11 gemacht in der Aufstellung. Alles richtig gehabt. Schalke hatte die erste gute Chance. Durch Harit, der recht frei kommt, da wichtige Parade von Kobel nach 5 Minuten. Und dann Endo, 1 zu 0 nach Ecke, hat einen massiven Radius an Freiraum. So kannst du es einfach nicht verteidigen. Dann kommt die Elfmeter-Szene bei uns. Ja, wir haben ja im Stream schon gesagt, ja, vielleicht einen Ticken wenig, aber im Endeffekt ist es eine Elfmeter-Szene, die du geben kannst. Viele sagen, geben musst. Deswegen, zum Glück war es keine spielentscheidende Szene, aber halt doch leider zu erwarten, wenn du da Winkmann und Stegemann zum Beispiel im Schiri aufgebot hast für dieses Spiel. 2 zu 0 Endo, Ecke, ich glaube mal von der anderen Seite, aber mit genau gleich viel Platz. Netz zum 2 zu 0 1. Der Langer hat ein gutes Ding rausgefischt von Kempf. Die Fackel sowieso nicht die Schuld von Langer gewesen an dem Mittag, hat ein paar Dinger gut gehalten. Kurz darauf dann das 3 zu 0. Vier Spiele in Folge. Flanke Sosa, Tor von Sascha Kalajdzic. Auch wieder ein Top-Kopf, weil wir sie hinten in die Ecke runter senkt. Sensationell. Dann übernimmt aber Schalke das Spiel so ein bisschen bis zur Halbzeit. Wenn wir ganz ehrlich sind, machen das 3 zu 1, das auch einfach ein bisschen läppsch verteidigt war. Das ging ein bisschen arg einfach. Und da konnten wir uns übertrieben gesagt glücklich schätzen, dass wir in die Halbzeit durften. Nach der Halbzeit war Schalke auch eigentlich mehr am Drücker als wir. Wir hatten eine ganz nette Chance durch den Schuss von Mangala. Schalke aufs kurze Eck. Auch wieder stark gehalten von Kobel. Den muss er halten, klar. Aber trotzdem gut gehalten. Präsenz. Sehr wichtig von Kobel in dem Spiel. Dann kommt der Elfmeter für Schalke. Wo man halt wirklich, haben wir auch im Stream gesagt, gerne mal die Highlights und so weiter angucken. Ja, da kann man diskutieren. Wenn du den für Schalke gibst, dann musst du den in der ersten Halbzeit auch geben. Aber wie gesagt, zum Glück nicht spielentscheidend. Da er nämlich sowieso schwach genug geschossen war, Kobel kann das Ding halten. Ist aber wieder das Thema, wie wir es gegen Freiburg hatten mit González. Wenn Kobel in die andere Ecke hüpft, ist es ein eiskalter Elfer. Verwandelt aus, sie guckt den Keeper. So ist es ein beschissener Elfmeter. So, ganz einfach. Dann knapp 10 Minuten vor Ende nochmal eine starke Parade von Kobel. Richtig stark gehalten. Dann, glaube ich, an Pfosten, an Latte gelenkt. Eins von beiden. Von Schöpf war, glaube ich, der Fernschuss. Ja, da hatte Schalke einfach eine ganz starke Phase. Er hatte nochmal eine Doppelchance. 10 Minuten vor Schluss. Also, puh. Also Schalke war schon extrem, extrem nah an diesem 3 zu 2 dran. Eine recht lange Zeit lang. Da muss man schon, auch beim 5 zu 1, muss man darüber reden dürfen, warum wir, das war wie gegen Berlin, wie gegen Köln, warum du es so in der zweiten Halbzeit dir einfach zu oft den Schneid abkaufen lässt, muss man darüber reden. Dann aber sowieso. Zwei Top-Tore noch durch Einwechselspieler. 88. Macht Klement. Freut mich sehr für ihn. Macht seine Kiste auch eiskalt, unhaltbar, wunderbar. Die Davi auch. Dafür sei da. Technik für Pässe, für Steilpässe, für Abschluss. Technik hat halt der Dip wunderschön rein. Nah an der Grenze zum Traumtor, das Ding von die Davi. Also, top. Und deswegen kannst du am Ende des Tages auch mit einem 5 zu 1 nicht meckern. Aber man muss es im Hinterkopf behalten, dass du wirklich eine Zeit lang eng am 3 zu 2 warst. Ist auch typisch VfB oder typisch VfB-Fans, wenn du dich bei einem 3 zu 1 gegen Schalke nicht sicher fühlen kannst, dass das Ding wirklich durch ist. Endo, zwei Tore, zwei Vorlagen. Sehr, sehr stark. Erstmal hoffentlich in FIFA-Inform endlich mal. Mal gucken, ob EA da mit dem VfB mal in Betracht zieht. Und zweitens tatsächlich, Erster Japaner mit vier Torbeteiligungen in einem Spiel. Eben seit dem detaillierten Aufnehmen von Daten quasi. Irgendwie seit 2004, 2005 oder sowas. Ja, Schalke jetzt auch Konsequenzen gezogen. Also, noch nicht offiziell, glaube ich. Zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht offiziell. Aber sie haben welche gezogen. Laut vielen Berichten, Kicker, Sky und so weiter. Schneider raus. Sportdirektor oder Sportvorstand, eins von beiden. Trainer raus mit groß. Das heißt, der nächste, der kommt, ist Nummer 5 in dieser Saison. Dazu noch Rieter raus, Teamkoordination. Und dazu auch noch Leuthard raus, der mir da vorhin nichts gesagt hat. Aber der macht wohl den Athletiktrainer. Vielleicht haben sie da auch gesagt, gut, wir haben so viele Fälle, dann ist der da dran schuld. Wer weiß. Ja, also da, ja, was willst du zu Schalke noch großartig sagen? Bei uns ist es quasi der Klassenerhalt. Wir haben ja auch schon spaßeshalber im Stream auf den Klassenerhalt angestoßen. Man muss einfach sagen, was haben wir da eigentlich für eine unfassbar geile Truppe? Auch die Interviews danach, Kobel da geschnackt mit Kalajdzic. Also, was haben wir für eine geile Truppe? Auch irgendwie Instagram-Posts mit Legendo und sowas wegen den Endokisten. Das scheint wirklich zu 100% zu funktionieren, diese Truppe. Harmonisch wie sonst was. Wann haben wir das letzte Mal gesehen, dass wir so eine junge, auf Fußball Bock habende und geil kickende, in sich harmonische, funktionierende Truppe hatten? Wie lang ist das her? Einfach nur unsagbar geil. So, kommen wir zur Tabellensituation, die natürlich für uns deutlich schöner aussieht als für die Schalker. Wir sind auf Platz 9 gerutscht, könnte aber Freiburg uns heute noch streitig machen, die spielen noch heute Abend, haben 32 Punkte gesammelt nach 23 Spielen. Dazu ein Torverhältnis von plus 8, das heißt, für meine weiteren Rechnungen gehe ich quasi mit 33 Punkten, weil du halt gefühlt im Vergleich zu den Abstiegskandidaten unten überall besser bist im Torverhältnis. So gerechnet sind wir dann 15 Punkte vor Platz 15 und Platz 16. Wir haben gerade gleich viele Punkte da unten. Tatsächlich näher an Europa als am Abstieg. Es ist wieder die schwierige Frage, ob man dann auf Europa hoffen will oder nicht. Man kennt dieses Spielchen von wegen, nein, bitte nicht, dreifach Belastung, wir steigen direkt wieder ab. Hatten wir auch nach der Korko-Drückrunde. Ja, wir sind auch da in dieser Saison drauf, ohne Europa trotzdem abgestiegen. Also mal gucken, für wie voll man diese Sprüche immer nehmen kann. Mal gucken, was wir am Ende der Saison bekommen. Mal schauen. Also ich will da jetzt keine Ansprüche für nichts haben. Deswegen mal gucken, was am Ende der Saison bei rauskommt. Schalke weiter mit 9 Punkten auf Platz 18. Abstieg ist gefühlt durch, nur halt rechnerisch noch nicht. Tatsächlich sind wir auch aus dem Abstiegskampf der Heimtabelle quasi hochgehüpft. Sind wir da mittlerweile auf Platz 12. Und haben auch, hatte ich im Vorbericht, glaube ich, kurz mit drin, oder im Podcast, eins von beiden. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch einen besseren Rückrundenstart quasi als Hinrundenstart. Selbe Teams, logisch. Haben da nämlich 10 Punkte auf 6 Spielen geholt und sind in der Rückrundenabelle aktuell auf Platz 6. Kommen wir zum Man of the Match Boating, wo ihr natürlich auch wieder den Community Tab nutzen dürft, um da abzustimmen und natürlich auch wieder hier Kommentare und unter dem Post dann dort Kommentare hinterlassen könnt. Falls irgendein Spiel nicht dabei ist oder falls ihr noch ein bisschen mehr begründet darauf eingehen wollt, wer euer Man of the Match war. Aber ganz logisch sind erstmal Kobel und Endo für die beiden Performances. Und ich habe es mal aufgefüllt auf 5 Stück heute. Passt noch ein bisschen zu den Toren dann. Sosa, Kalajic und Silas kompletieren dann das Voting. Da dann gerne abstimmen. Und zum Schluss wieder die Tweets auf der Match, wieder 3 Stück. Ersten finde ich richtig geil einfach. Die Nummer 1 im Pod sind wir, das 5 zu 1 in Dortmund und das 5 zu 1 gegen Schalke. Klar, wenn wir jetzt alles machen, auch noch das 1 zu 1 in der Hinrunde, jetzt auswärts bei Schalke. Aber das kommt ja eh quasi auf 0 raus. War ein Unentschieden. Also sehr krass. Und ja auch tatsächlich bei beiden Trennunglassungen direkt hinterher gejagt. Favre muss sie direkt raus nach dem Spiel. Genauso wie Schneider. Zweiter Tweet, auch sehr geil. Jetzt stellen wir uns mal vor, was da bei einem 5 zu 1 gegen Schalke in einem Ausverkauf Neckarschein und gerade los wäre. Die Party ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, Leute. Das ist genau das. Wir hoffen mal, dass es, wenn wir Zuschauer wieder rein dürfen, genauso gut weiterläuft. Erstmal natürlich. Und zweitens, man stellt sich vor, wie viele Spiele, wie geil das gewesen wäre, in dieser Saison dieser Mannschaft im Stadion zugucken zu dürfen. Die Auswärtsfans in Dortmund beim 5 zu 1, wo wir uns gerade dabei sind, auch jetzt das 5 zu 1 gegen Schalke, was da abgegangen wäre. Es ist wirklich einfach nur sehr, sehr schade. Es ist wirklich seit langer Zeit wieder mal ein Team. Erstmal ein Team, das es verdient hat, diesen Support der Fans zu haben. Und auch wir wieder es verdient haben, so einen Fußball zu sehen für das, was wir als Fans an Support bringen. Sehr, sehr schade. Aber irgendwann wird man wieder vor ausverkauften Haus hoffentlich dann weiterhin eine geile VfB-Mannschaft sehen dürfen. Und der letzte Tweet noch, nochmal kurz die Promance zwischen Sosa und Sasa. Kaleitsch jetzt mit 11 Toren und 3 Vorlagen, was auch nicht ganz stimmt. Hat nämlich laut dem Kicker 4 Vorlagen, also bester Scorer bei uns jetzt endgültig um 1 erhöht im Vergleich zu Silas. Jetzt hat er nämlich 15 Scorer-Punkte, Silas 14. Und Sosa mit 8 Assists und davon alleine 7 Assists in den letzten 7 Spielen. Also wie gesagt, seit der Vertragsverlängerung läuft es über dem unsagbar gut. Und dann würde ich sagen, gebt mir eure Meinung in den Kommentaren ab. Einfach zum Genießen aktuell mal wieder. Wieder ein Spiel zum Genießen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.